Es gibt neue Zahnbürsten für dieses Quartal. Alle drei Monate sollte man ja neue verwenden, das heißt es ist wieder an der Zeit. Die hier kommen neu. Einmal bisher hatte ich die Colorful Curls Edition von Cura Prox, die 5.460 und die Velvet von Cura Prox, die müssen neu. Und auch die Bürstenköpfe für die Hydrosonic Pro, das ist diese Schallzahnbürste hier und auch die Singlebürste muss neu. Diese drei habe ich mir für dieses Quartal ausgesucht. Einmal nehme ich wieder die 1006 als Singlebürste in Orange, passend dazu auch in Orange die Velvet und dann werde ich diese türkisfarbene Ultrasoft benutzen. Das ist die Summer Edition 2022. Ich finde die richtig schön. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es mega, mega schön. Ich liebe diese Farben und Muster. Passt sogar zu meiner Intendentalbürstenfarbe und es bringt einfach immer so viel Abwechslung ins Badezimmer. Macht richtig Spaß, immer mal wieder eine neue Farbe und neue Muster zu haben und außerdem reinigen die auch einfach mega gründlich und auch super sanft. Deswegen liebe ich sie so. Wenn du auch Produkte von Cura Prox kaufen möchtest, kannst du mit meinem Code DR.ANI20 auch 20% sparen über die Homepage www.curaprox.de www.cura.de